Okay, hi Leute und willkommen zurück zu Super Mario Bros. 3. Mein Name ist Metal Mario Master. Und ich bin da nie bei LP. Yay, es geht weiter. Aber wir sind hier stehen geblieben in Welt 6. Und ja, du bist jetzt dran. Ja, ich bin da. Und ich überleg dann, was ich machen soll. Was willst du machen? Geh mal so rein. Will schon gehen. Ja, irgendwie dem alles. Controller wieder aus? Ja, jetzt ist er wieder an. So, jetzt ist es kackt. Weil wir haben ja im letzten Part schon gesehen. Den Fischis of Doom. Vor allen Dingen bei ihm hier. Weil ich irgendwie im Wasser bin, ist vorbei. Hab ich das Gefühl? Ich glaube auch. Klar. Weil die kommen ja dem ab, genau da raus, ruhig gerade am Rausschwimmen hin. Und das ist nicht gut. Was? Ja. Ja. Boah. Ja, Mann. Geh weg. Genau, jetzt leg eins am Mundmen, so wie ich, hin. Na klar. Ich lauf unter Wasser. Ja, Jesus kann über Wasser laufen. Ich kann unter Wasser laufen. Das kann ich auch. Ja, selbst in Subaar 64, da kann Mario auch unter Wasser laufen, wenn er denn eine Metallkappe hat. Aber du sagst mir, der ist gleich vorbei. Nein, da kommt noch ganz viel, extra nur zu deinem Vergnügen. Aber geht auch noch schließlich hier bis jetzt. Boah, ich hab da schon schwierigeren Level gesehen. Erinnere dich noch an 5, 9, meine ich, war das gewesen. Das schnelle Scrolling-Level. Ja, ich mach da hier ganz langsam. Ganz langsam. So, du kommst jetzt auch. Treffen die mich so überhaupt? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube nicht. Aber riskier das lieber nicht. Mach. Da sag ich ihm, da sag ich ihm erst, er sollst du so nicht riskieren und dann stirbt er so auch noch. Boah, ich hab nur Items für die Overworld. Ich muss unbedingt mehr Tothäuser besuchen. Blipp. Ja, fast. Okay, komm, wo bist du, du Fischi? So, du fischst hier nicht mehr rum. Ja. Jetzt aber, ich werde da kommen, überhaupt danach noch. Da kommen noch, da kommt schon noch was. Wie schon gesagt, wie schon im letzten Part gesagt, das hier ist die größte Welt. Ja, auch in die Richtung. Ja. Danks. Also, da kommt schon noch was. Ich mein, wir sind ja jetzt erst bei Level 6. Das wird mich schon wieder sicherer. Ich frage mich, wie lange. Ja. So lange. Ich war eine Sekunde sicher. Eine Sekunde, das ist aber leider nicht genug. Und... Okay. Ah, okay. Verstehe. Ich werde auch von dem Ding erwischt. Pass auf. Nein. Mann. Ey. Ich habe vergessen, dass die mit Feuer schießen. Also, da ist wohl nur heute echt kein Glück, ne? Ja. Ja, wir sind auch schon lange dran. Ich weiß gar nicht mehr, im letzten Part waren wir da noch dran, ne? Ja. Da haben wir ja, das stimmt, mein letzter Fail, da haben wir dann den Schnitt gesetzt haben. Aber komm, jetzt müssen wir eigentlich mal eine geschaffene Wolle auch mal weiterkommen. Ja, klar. Weil ich weiß nicht, wie viel zu machen ist jetzt der sechste? Ja, der 6. Und wir haben noch zwei Werte vor uns. Genau. Wer da wohl irgendwie zu schaffen sein. Irgendwie wird der Schlüssel-Schatten sein. Das ist genau die richtige Einstellung. Und auch, Mann. Ich fahr schon auf. Ich bin immerhin hier mit 1A-Movement unterwegs. Seht ihr? Lalalala. Ich laufe auch ein bisschen unter Wasser. Aber jetzt einfach da durch. Ja, einfach so durch, das wäre super. Boah, das war krach. Also, die Horror-Stelle. Oh, okay, da kannst du stehen. Ja. Lassen wir sie jetzt mal ein bisschen näher kommen. Und... Zick. Dann einfach durch, einfach durch, einfach durch. Oh, okay. Gott sei Dank, ich bin draußen. Jetzt wäre gefährlich näher gekommen. So, und wir sind da 32 Leben. Keins davon ist für mich bestimmt. Alles meine. Können wir ganz allein, da habe ich mir hart erarbeitet. Und da ist ein Hammer, Bruder. Den klöpft mir vor. Weil da, wie wir sehen kannst, hier geht es weiter. Sterne in Power. Duft. Duft. Sehr schön. Mal. Einmal war doch mal irgendwo was da. Ja, im ersten Hammer oder Kampf. Ah, sehr schön. Wir haben Stern bekommen. Nehmen wir ein, benutzt haben. Das hat mich lohnt sich das. Ja. So. Okay, wir haben Level 7. Oh, kacke. Das hier ist... Das ist schwierig, das Level. Ich mag dieses Eis und Scrolling. Genau. Und dann auch noch mit Flammenhunden und Dome-Plattformen. Ja. Boah. Oh, echt, Mann. Vorsicht. Vorsicht. Ich will es mich jetzt ablenken. Das klingt aber gerade so, ob du mich ablenken willst. Okay. Ich gebe dazu keinen Kommentar. Ja. So. du hast 99 doll und bist immer noch so klein warum bist du so klein nicht doch nicht ich wachs halt noch ich weiß nicht ich glaube dass schon das dritte mal hintereinander lassen hat geschafft hast nicht zu lange draufstehen ja gesagt haben auch was sagt der flammenhund mit spiel hier sich hinter der statue versteckt hat ja ich meine so dass man mit der stadt glaube ich auch kranja pflanzen besiegen kann oder nicht ich meine sehr vorsichtig schon sagen davon kommt auch schon auch noch einer da hast du gut aufgepasst da war sogar da wäre das ende gewesen ich habe mir schon gedacht ja übel ich habe nur zwei flügel nächster will ich keinen davon benutzen das ist ja aber und der flammen und ich hasse dich wieder wirtschaften du hast bis jetzt aber nur in welt sein mehr lege das nicht sonst habe ich immer überall mehr der wir geschafft jetzt geht es doch nach oben jetzt haben doch gleich noch was genau so geht es schon wieder los fail da am laufenden band verschwendung aber egal wenn man muss ja benutzen das war und noch eins geht man will doch nur ein freund sein er will mich doch nur töten ja bäume wollten mich auch letztens töten ja wir haben so gesagt so ich bin ein baum und ich werde dich jetzt töten ja oder mein leben dabei hast du doch so nötig du hast nur noch sieben leben naja da ist eine magische zahlheit ja ich habe über ich habe über 30 leben jetzt pass auf jetzt hier runter fallen ja ja das war's oder ja das hätte das geschafft hättest dann würde ich sagen meine respekt ja habe ich aber nicht jetzt bin ich wieder san wir sind dann so rutschig mann ja ich weiß der buden ist so rutschig ja genau das weiß ja das kann was ich jetzt brauchen kann ist ein waschwerblatt ich brauche unbedingt ein waschwerblatt ich habe noch ein tanokian zu ja weil du mir die ganze zeit die todgeräse ab äh todbäuser abgrast eine blume kann ich auch gebrauchen ein sport das flammenhund so okay und hoch wir wollen ja hier was war auf das war alles gar nicht ja auch ich bin aber geldgeil ich bin mr krabs mehr 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 so welcher war jetzt die siebte weiß level sieben genau jetzt kommt jetzt kommt die zweite burg ah ja das ist das nice okay pass auf ich habe mein auge auf der tisch geworfen das war das just retarded auch seit der buß weg ja da habe ich paranoid gemacht und wird so am scroll ist rechts ja da habe ich irgendwie gemacht der bildschirm wie so rechts so komisch aussieht ja das ist ein eis schloss oder gefechtes feuerblume ich brauch keine feuerblume um ein eis schloss zu schaffen und jetzt bekommst du das kassel mit einer kassel und war hat ja genauso 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 wie du auch ja genau so kannst mich mal Ah, verdammt! Okay. Okay, das war jetzt wirklich schlecht auf meiner Seite. Aber nicht ganz so schlecht, denn ich bin bei ihm! Oh, das hat man ja auch schönes. Ja, weil er müsste eigentlich ein bisschen aufspringen, weil er hat nur noch einen Tanduki-Anzug. Hier. Geh weg. Geh weg. Der Bubu will nur dein Freund sein. Ja, aber nicht seiner. Wieso denn nicht? Da gibt es nur wenigstens Mühe, dir zu folgen. Na, sanfte Rutsch. Mechanik. Na, so. Ja, ich auch. Das ist irgendwie immer so. Wir kriegen gerade ein Power-Up und dann verlieren wir es sofort wieder. Und da ist es passiert. Ja. Ja. Ja, du hast noch 30 Versuche. Das wird schon. Ja. Irgendwann wird das klappen. Und ich muss wieder hier so an meinen Notrationen. Ja. Ja, du musst langsam deine Notrationen langsam wieder aufbrauchen. Na, hey. Ich mach das hier ganz ohne Notration. Äh, ja. Verdammt. Verdammt. Das war nicht geplant. Ja, okay. Jetzt aber. Ja. Jetzt muss es aber klappen, ey. Ja. Das habe ich jetzt gerade nicht kommen gesehen. Hallo, Bum-Bum. So, jetzt. Mit Rutschmechanik. Ja. Wollte früh abspringen. Kann auch sein. Ich sag dazu nichts mehr. So, dann mal los. Heiner. Heiner? Wie geht's denn so? Auch hier? Was? Was zum Teufel? Ey. Das Rutschen, ihr tötet. Das Rutschen tötet dich und treibt dich in den Game Over. Zum zweiten Mal schon. Ja. Ich verzweifle dich so dagegen angekämpft. Ja, du hast dich so verzweifelt dagegen gekämpft. Aber leider war aber dein Wille nicht stark genug, um das Eis zu besiegen. Das brauche ich jetzt. Dies ist gut. Dies ist genug. Jetzt nicht volle Möhre. Das wusste ich jetzt aber noch. So. Komm. Rematch. Weg doch. Wie viele Bedrohungen haben wir noch? Ja. Wir haben noch zwölf Minuten. Zwölf Minuten auch. Und da sehe ich schon, wie man schön ist. Oh. Irgendwie immer das Glück, ey. Du darfst immer memory spielen. Ich darf das nie. Ja. Jetzt noch die ganzen Sachen nochmal machen. Da war ich, glaube ich, hier. Ah, geil. Ah, geil. Ja. Oh, geil. Guck, geil. Auf drei Pärchen. Vier. Na, schade. vier pärchen immerhin war schockt sich wieder ein bisschen auch wieder an was da oben links da oben kommen sie zurück so okay dieses level hat nix mit eis zu tun auf jeden fall nicht lasse er sich treffen er will aber nicht was man heißt der block verschwindet ich kann ja auch nicht die lebenden wesen hier in ruhe lassen musste ja töten die fresse geworfen dann will ich so pengen voll auf die fresse also provozieren okay okay ausgezeichnet dann gesehen aber von hoher erwartet mich jetzt wieder es kommt nicht mehr ganz so viel wir haben es gleich ok aber kein bonus geben wer ein wasser level normal was diese kinder von diesen blut waren ja die sind nach oben geflogen ja das ist normal das können wir einfach die können auch an landen überleben ich habe es gesehen ja okay warum bin ich überhaupt da genau auf weg und ist schön wasser sicher und so auch bei weit wie weit fliegst du zurück keine dinge habe ich so stark gebissen dass ich so aufgeschrieben habe und aufgesprungen damit ich mitten reden zur zweiten welt ich habe wieder zurückgegangen ja 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 da bin ich gestorben ja 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 klicken genau ja 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 lifted 35 ział jedoch nicht ja wir müssen wieder sprechen und von dem du es sind noch nur du bist eine null weil du hast noch ein was noch zwei leben ich weiß ich weiß du bist kein freund von der heiswelt was er in freundin der riesen welt aber auch da sind gesagt hat ja du bist er ein freund von der wasserwelt gewesen da hast du hast du doch die meisten können wir geschafft wirklich mit feuer der zwei rollen ja das ist das komplette ist echt nix okay ja pass auf das jetzt nicht ja genau kannst du ganz nie wir sind hier wieder auftauchen oh mein gott der niveau ist wieder geld geil haben wir sind wieder mit der krebs der wir sind mühler ein abend bei bärm's und groß aber bei bärm's und bei bärm's immer wieder was er endet bitte danke ja heute mal wieder geklappt in den pappschaften wie viele minuten haben wir noch fünf minuten auch aber das ist noch die normale okay doch dann wird schon am ende daher stellt sich uns noch dieses schloss hier ich habe gerade gesehen ich brauche jetzt ein wasser glatt ich weiß das war ein bisschen dass es kann von mir aber gut war ein paar einzelne movement wieder mal auch geurte gott halt weil ich da steht man denn der metall mario master verlangt das was der blutband fehler machen ist bewusst aus dem baum soll ich mir die fehler erlauben ich bin noch nicht den europäischen 1 ja jetzt an der hand dabei ist er sich ja auch so ein roter das ist eine rolle beziehungsweise 17 ein sehund der rente seiner krone spielt dann kümmert sich luigi der irgendwie so aussieht wie mario um dieses problem ja was sie noch mal schafft man ja nicht so ein dreck verdammt ich weiß nicht wie oft das schon passiert ist ignoriert das einfach die ganze zeit machen leider ist dieses level komplett darauf ausgelegt und da ist er noch springen gedruckt man kommen wir jetzt zurück war land müssen wir noch hingeflogen keine ahnung gleich unterm turm irgendwie da ist es ich weiß nicht schaffen wir dann noch klar kommt ich bedankei wie viele millionen haben wir noch 23 minuten ich weiß nicht einfach so können wir noch zeigen auf jeden fall ja gut kommen dann mache ich jetzt noch mal den letzten versuch des bords vielleicht wer weiß vielleicht hatten metall mario master wieder mal glück also das ding jetzt nur meine nase und kratzen und meine hände zu benutzen ok da bin ich gestorben da bist du gestorben das war ein doppelster appetit das ist so schön warm ich lege hier in dieser zeit recht 1a movement hin ja da war das weiß knapp ja schon auch nicht alle hoffnungsverloren hoffnungsverloren wenn ich das sage wenn ich gehen okay jetzt gibt es auf die fresse was auf der ball ich weiß ja ein ball ja verdammt okay das war der letzte versuch heute ja wir hoffen dass wir euch im nächsten part begrüßen dürfen wenn es mir wieder heißt es mit super mario plus 3 bei together mein name ist metall mario master und ich bin dann die olp und wir sagen bis dann bye bye